Willkommen auf meinem Kanal. Wir spielen Jakuza Like a Dragon Infinite 12 für die Playstation 5. Schön, dass ihr hier seid. Da ist er. Nein, ich warst dich für dich. Ich wollte dich entschuldigen. Oh? Entschuldigen für was? Ich dachte nicht, wie du es fühlst. Und ich sagte ein paar Schmerzen Dinge. Also ja, ich wollte dich entschuldigen. Was was du gesagt so schmerzen? Ich habe mit Adachi Sonnenamba gesprochen, und alles wurde ziemlich klar. Erstmal habe ich ein paar wunderschöne Entschuldigungen gesagt, wie für eine Frau und was. Und obwohl ich weiß, dass du das Klub wirklich sehr ernst hast, habe ich es ausgedrückt, wie du kannst du dein Job verlieren. Du weißt, wenn wir heiraten. Oh, und auch. Also, ich sagte, ich würde helfen mit den Schmerzen, wie wenn du automatisch sein würdest. Es gibt noch mehr. Ich sagte, dass ich ein Kind hatte. Das war ein Kind, wie ein Kind. Und dann... Das war ein Kind. Das war ein Kind. Das war ein Kind. Aber... Das war nicht so, dass ich nur ein Kind ausgesprochen habe. Aber... Ich wollte es nicht so sagen, dass ich nur für Arakawa-san heiraten möchte. Ich weiß, dass ich mich nur für Arakawa-san bin. Ich weiß, dass ich mich überrascht habe, aber es war nicht so cool, dass ich deine Gefühle nicht ausgesprochen habe. Wirklich. Ich bin sehr entschuldigt, Sarchana! Es war wieder zu fehl. Das war es. Du kamst all diese Weise, nur um das zu sagen? Du bist so schuldig. Ich war nicht über das ein bisschen. Huh? Aber ich... Ich meine, sicher. Vielleicht waren es nicht die größte Dinge zu sagen, aber kein Problem. Ich arbeite an einem Kabarettclub, wie ich habe, und du hörst viel schlimmer. Also... Dann... Warum hast du... Also... Es ist einfach, dass wir uns erstens in ein bisschen wunderschön ist, wunderschön. Wir sind wie Partner im Krieg, du und ich. Und du hast, wie viel wir durchgebracht haben. Ich glaube, dass es zu einem Moment angefangen hat, wie es dich nicht so richtig fühlt. Und... Ich glaube... Ein bisschen Romanz kann auf alle Dinge gehen. In that sense, I think it'd be better if we went back to being friends. Don't worry, though. I'm with you to the very end. Sachon. That's all there is to it. So don't beat yourself up, okay? Like I said before, let's just keep at it. See ya. Das war's. Ein Jahr später. Damn it! Okay, Ichiban. Right. Come on. Time to make some moves. Hey, good morning. Oh, Kasuga-kun. Morning. Let's give it all we got today, yeah? Sure. Listen, can I talk to you for a second? Huh? Oh, is this about organizing the warehouse? Don't worry, I'm on it. No, you see, there's something you should know. Why don't we grab a meeting room? Huh? Okay, sure. He's still fired, or how? Huh? My contract's been terminated? I know. Crazy timing. Remember how it was supposed to renew end of next month? Well, I thought about trying to get you a raise, but just yesterday, City Hall went and denied the renewal. Uh, was there a problem with my quality of work? Oh, no, 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 no. Kasuga-kun, you've done an outstanding job. But apparently the city's budget is getting pretty tight. It seems they've no choice but to start cutting back on contractors. Right. Right. I see. Understood. Well, let me just say, thank you for putting up with me. I'm guessing I'm done after this month. Well, for what it's worth, I'll be sure to finish strong. Uh, no. We'd actually like it if, uh, if today could be your last day. You want me to use my PTO? I mean, it's true, I never took any, but I don't think I have that much stored up. Do I? Oh, well, you won't have to worry about that. They made an exception, and will mark the rest as PTO as well. They hardly ever do something like this. Oh, jeez, I don't deserve that. You don't have to give me any special treatment. I can just work until... I'm really sorry. This is just what the higher-ups have decided. Just know I'm grateful to you, all right? Okay. Well, with that, thank you for everything you've done for me. No, 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 no. Uh, thank you. Tja, das war's. Ich sollte mich von allen verabschieden. Excuse me. Thank you. Thank you. Thank you. Excuse me. Excuse me. Oh, come on, send these, oh... Entschuldigung. So. So. Thank you. Come on, get a grip. Everything's right back to how it used to be. Okay. Kazugas Job hat sich von Hello Worker zu Selbständiger geändert. Schatzsuche. ... ... Hmm? Was will ich denn mit einem Papierteller? Willkommen zurück, Kasuga-san. Huh? Wer bist du denn? Wir wollen nur ein kleines Interview machen, das ist alles. Du bist eigentlich die Geschichte der Stadt. Und warum ist das? Du gehst eine Briebe aus der alten Yakuza, dann schiehst du ihn aus, um zu schädig Arten zu machen. Also, was sagst du uns in? Was ist diese Briebe? Komm schon, das Geheimnis ist weg. Hela-Werk ist ein Huck-up für die Yakuza. Die Leute, die mit dem Omi und Tojo haben, haben die gute Leben gemacht, richtig? Du bist kein Exzept. Was? Wer hat das gesagt? Du kannst nicht nur glauben, was du hörst, wißt du? Okay, schau mal. Jetzt, sagst du, wie viel du machst? Niemand will ein paar former Yakuza überwinden. Das ist nicht so, dass das auf deinem Geheimnis ist. Back auf! Ow! Oh! Did you see that? Oh, he is out of control. Oh, die realen Ichiban Kasuga ist auf der Bühne! Sie können ihn der Hero von Yokohama nennen, aber deep down, er ist nur ein Yakuza. Die Yakuza schützt auf andere Yakuza, nicht mehr. Anheu und Anheu, meine fröhliche Bühne! Okay, cut! Woo! Hahaha! Oh, es war nicht so smart, dass du dich auf die Kamera so schwer bist, Kasuga-san. Oder du bist in großen Problem, wenn das immer geht online. Toss ein Millionen meiner Meinung nach, und es ist dein. Du hast es bereit für morgen. Du denkst, dass ich mich in diese Sache verabschiede bin? Du denkst, dass jemand einen Verbrauch verabschiedet ist? Oh, ein bisschen editing geht ein langer Weg. Warte und warte. Ein paar Klicks hier und da, und jeder wird denken, dass du ein Regulärer Haymaker hast. Ja, well, best of luck, pal. Du bist sicher? Ich meine, du bist schon so viral, wie es ist. Frage dich selbst, du wirklich willst, dass du Öl auf diesen Färchen willst? Viral? Ich sehe, dass ich dich zu dir bin? Huh? Oh, komm, du hast nicht gesehen, wie die Leute sprechen über dich online? Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht. Ich bin ein großer Weggeist. Wie ist das? Wie viel Angst. Hey, zeigen die Video. Was sind die Leute? Tatara-Granell kommen nach euch. Lass uns das zuhören. Lass euch ein bisschen haltet. Meine Damen und Herren, die Töter der Tag! Ichiban Kazuga Ichiban Kazuga Ichiban Kazuga Das ist das Geheimnis, nein, das echte Gesicht des Hirschens Yokohama Hey, was zur Hölle? Was hast du das gemacht? Wie sie gesagt hat, es ist der Tatara-Kanal Sie ist ziemlich ein Gott und mit 5 Millionen Subscribern an das Ich meine, wenn es so ist, solltest du stolz, dass du es auf unserer Show gemacht hast, Kazuga-san Ich bin stolz, ich bin stolz, das alles ist bogehe Bogehe? Dude, sie haben das ganze Sache auf Video Oh, ich ver jetzt Das alles macht Sinn Das muss ich heute nachdenken, das muss ich heute Wir sind auf Video, also können Sie es von uns kaufen oder nicht? Wie hell ich bin! Ich habe noch etwas falsch gemacht, du wunderschön! Was ein Schade. Ich glaube, wir haben keine Wahl. Wie geht es, dass wir diesen Mann einen kleinen Garten nehmen, und weiter nach dem nächsten Target? Der nächsten Target? Wer ist das? Alles klar, du bist, Herr Bodyguard! Herr Bodyguard? So, willst du mich auf diesen Mann schlafen? Ja, nur genug, um ihn zu schlafen. Oh, äh, ich versuche nicht diesen in den Krankenhaus, okay? Wer ist dieser Mann? Ich habe ihn online kennenzulernen. Ich habe ihn eine Hand, wenn wir eine Riske-Süte machen. Wait, du wirst nicht wissen? Top Street Fighter Online Sensation Asakura Channel? Ring any bells? Man, er ist kremen wie verrückt. Oh, hey, Asachi! Hier ist eine Idee. Und, ich bin Angst, er ist der nächste Block. Wir werden ihm auch ein bisschen Interview geben geben. Wie fühlt es sich, dass er die Yakuza verletzt hat, und ihn verletzt über die Internet? Geht, du wirst ein Böder Kurs. Ich bin Angst, er ist der Fall in den Moment. Das ist der Fall jetzt. Ich weiß nicht, ob ich die Einladung habe. Ich bin Angst, ich bin Angst, Das ist ein viel zu viel. 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 Das ist ein viel zu viel zu viel. Das ist ein 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 viel zu viel, das ist ein viel zu viel, das ist ein viel zu viel. Das ist ein viel zu viel zu viel. Das ist ein 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 viel zu viel zu viel. das ist ein viel zu viel. das ist ein viel zu viel. das ist ein viel zu 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 viel. das ist ein viel zu viel. das ist ein viel zu viel zu viel. das ist ein 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 viel zu viel zu viel. Was ist das? Alter Wie Sie sehen, ich war auch in der Yakuza. Ich habe eine Frau und zwei Kinder. Die älteren starten in der Schule im nächsten Jahr. Sie haben durch die Hölle wegen mir. Aber ich will zumindest eine gute Leben für meine Familie. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Entschuldigung. Hm? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe das alles geplant, aber das hat sich verändert, als ich über dich hörte. Ich bin wirklich am Ende meiner Shirt. Wegen Arbeit, ey. Wegen Arbeit, ey. Was ist das? Gott, du hast mir Hoffnung, du wißt du das? Du kannst nicht nur schauschen mit den Menschen wie so. Komm, komm. Entschuldigung, bitte, ich bin so entschuldigung. Verdammt! Entschuldigung. Oh, Kasuga-san. Hey, gut zu sehen. Entschuldigung, ich wollte nicht ein Verrückter. Uh, das ist okay. Do you, um, think I can ask you a favor? Provided it's not too much trouble, could you put up a sign saying I'm not here anymore? You see, there's a good chance more people will show up looking for me. You mean more Yakuza? Former Yakuza, yes. Would you do that for me? Okay, otherwise, I'm worried they'll just cause trouble for you. Oh, uh, okay. I certainly don't want those guys waltzing in here and harassing people. I really appreciate it. Uh, furthermore, don't think that hanging around will make us change our decision. Uh, also, were you fighting out here? I won't have anything like that on the premises. Not one bit. I'm sorry. I'll leave right away. Yes, I'll go see Sasaki. He should know what's been going on. Diese Jobs machen die Menschen kaputt. Diese Jobs machen die Menschen kaputt. Eine Regenwurm, was brauche ich an Regenwurm? Oh, hey, Kasuga-san. Sorry to bother you all of a sudden. There's something I... I heard from Adachi-san I'm getting let go at the end of the month. I'm sorry. It's my fault for not having my act together. Yeah, yeah, yeah. It's all right. Actually, this whole thing's helped me come to terms with it. I put all that effort into having a change of heart to rebuild my life. And then something like this happens. I'm starting to think that someone up there must really hate me. Sasaki. It's no big deal, really. I'd say you look a hell of a lot worse than me, huh? Thanks for letting me dream for a bit. Anyway, I probably ought to start packing this place up. Das System macht die Menschen kaputt und traurig. Ein Monat später. Das System macht die Menschen kaputt und traurig. Great. What do I do now? Kasuga, you there? It's Adachi. I'm here too. Adachi-san? Namba? Hey, sorry to barge in. You got a minute? Yeah. Time's about all I got these days. Sorry, I hope you guys are fine with just water. Water's never a bad thing. Much obliged. So, what's up? It's just that... Something's been on my mind. Have you, by any chance, gone past Hello Work recently? Yeah, nearby, at least. I thought maybe there might still be some guys looking for me. Oh, any luck? Anybody end up swinging by? Got a couple guys the first few days, but no more than that. Guess word's gotten around that they can't count on me anymore. I see. Well, turns out there might be more to it than that. What do you mean? Well, lately, our old friend, the Seiryu Clan's been acting mighty suspicious. The Seiryu Clan? I think back a bit. You remember how Captain Takabe became the chairman after Hoshino died? Yeah, that made sense, given how the clan's set up. And did you know that Takabe went to prison? No. Well, that's news to me. Right. So here's where things get interesting. Rumor has it, the Yakuza left behind by both the Tojo and the Omi have started gathering under the Seiryu banner. We're not just talking ten or twenty guys here. Huh? You mean... I mean, the Seiryu Clan's been boosting their numbers in a big way. And neither Hoshino nor Takabe would have okayed that. However... With chairman Hoshino dead, and Takabe in the slammer... Exactly. Somebody in the Seiryu Clan must be plotting something while their boss is out of commission. So all those guys who are trying to go straight, they're going back in under the Seiryu Clan? That's not all. Frankly, it gets even worse. Huh? Apparently Sasaki's one of them. He's joined the Seiryu Clan, too. Sasaki? Losing his job really took its toll, I guess. We can't rule out the possibility that he gave up. Living as a civilian might have been too tough. So he went and joined the Seiryu Clan? Are you sure? Yeah. I heard it from one of my buddies at the Homeless Camp. Look, I'm pretty sure I've got no right saying this. In fact, I know I don't. But I can't stand by and watch Sasaki get dragged back into the Yakuza. After all, he made a decision to earn his life back. I saw him do it with my own eyes. I want to help him. However I can. Well. I figured you would. And I'm glad. Es beginnt wieder Yakuza. You're heading to Seiryu Clan HQ, right? Count us in. But guys. Oh, but nothing. We're with you on this. Besides, there's no guarantee they'll be willing to hash things out. After everything. You really think we'd leave you to the dogs? Dachi-san. The old gang. Yeah. Well, any hero worth his salt needs a weapon to match. So, where'd you stash it? Stash what? Like you forgot. Your hero's bad. Don't tell me you tossed it out. Oh, yeah. It's, uh, well, uh... Seriously? Uh, the hell is that? Well, I needed to hang stuff. So, then buy a rack or something, man. That thing deserves better. Sure does. Ah, and after my little speech. Honestly. It's a hero's bad, right? Time to go to work. Yeah, it's a hero's bad, right? I need to go to work. Actually, can we hold on a second? What for? If I'm going on an adventure, then I'll need to look the part. Yeah, it's already. From now on, it's really going. Yeah, finally back. Das war's. Das war's. Das war's. Voll gut. Kazukas Job hat sich von Selbstständiger zu Held geändert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Check it out. He's doing it. Get her done, hero. Always here to save the day. Hey, you old farts done LARPing around? Then how about you give us some spending money? Yeah, you won't get much from us. We're dead broke. You're telling me the three of you don't have a single yen on you? I think you're feeding me some bullshit. Now fork over some cash. Not every random guy you see is loaded, you know. Hey, hero. I think I see a slime approaching. Ready to put that holy sword to work? Heh. I was just thinking it's been too long. Namba! Adachi-san! You ready? Yeah! Is that someone? Soon enough can you stand behind it on? Straßen gangsters. Huh? What? Whoa! Did these guys just transform? Huh? Transform into what? Did we say something like that back in the day? How, once he became a hero, the bad guys would change during battle? Oh, oh yeah. Well, when it comes to fighting, you do you. Don't get delusional on us. Wait, so am I the only one? Oh well. More fun for me, I guess. Cool. Okay, there's one. Okay. 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 Let's go. Das kommt... Ja, läuft weg. Was ist das? Yo. Ah. Hell of Magic Laden. Warum soll es da Waffen geben? Okay. Hä? Hier geht es einfach weg. Willkommen. Bambusbesen. Das sind aber komische Waffen. Ich nehm den Rudi mit dem Gutes. Ich nehm den Rudi mit dem Gutes. Ich nehm den Rudi mit dem Gutes. Danke. Hm? Ich nehm den Rudi mit dem Gutes. Okay Leute, das war's für heute. Ich beende jetzt den Stream. Noch kurz speichern. Danke für eure Zeit. Liebe, Licht, Frieden an alle. Peace, love and light. Und, hauueu. Wo-houe, three trains sowie Adler. Komm's through. Wiese, die sind in der Verküren. Weisen, die sind in der Verküren. Die Verküren. Der Verküren ist das in der Verküren. Wir nehmen uns an die Vor-Bereiten. Die Verküren. Vielen Dank.